Der erste Wechsel steht an. Ganz außen LRV bei Oedding-Dormagen. Der Dresdner SC vorneweg aktuell mit Vivian Morgenstern. Und der Sportclub Magdeburg mit Lara Noel Steinbrecher. Jetzt der nächste Wechsel. Magdeburg in Führung mit einem passablen Vorsprung. Justine Wehner vorneweg. Aber LRV bei Oedding-Dormagen kämpft sich jetzt Stück für Stück ran mit Maja Semsch. Das wird also nochmal ein spannender letzter Wechsel und spannende letzte 200 Meter. Erst Magdeburg, dann LRV bei Oedding-Dormagen. Also das sieht hier vorne nach einem eindeutigen Rennen aus von Vivian Heilmann. Der Sportclub Magdeburg macht das Rennen und dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf Position 2. Da haben wir den Dresdner SC mit Johanna Kleiner als Schlussläuferin. Mal.